Hallo meine Dienfreunde, willkommen in einer neuen Aufnahme hier vom Dead by Daylight. In den letzten zwei Aufnahmen, ja, haben wir die Hexe gespielt. Und diesmal wollte ich tatsächlich dann mal wieder die Krankenschwester spielen, weil es schon so einfach so lange her ist gefühlt. Michael Mayer spielen viele, die Krankenschwester spielen relativ wenig und dementsprechend steigen wir tatsächlich mal direkt ein. Wir haben hier tatsächlich auch ein paar Add-ons noch drin. Wir haben hier zum Beispiel einen weiteren Opferhaken, erhöht leicht die Aufladegeschwindigkeit des Teleoptions, beeinflusst den Tüftler-Perk, den wir gar nicht besitzen, fügt eine zusätzliche Teleportation zu und verringert leicht die Reichweite. Gucken wir, ob sich das irgendwie bemerkbar machen wird und wir steigen direkt ein, wenn jetzt der letzte von dir noch mal sagt, er ist soweit. Als die DLCs auskamen, gab es ja die Krankenschwester hier als erste umsonst. Danach kam Michael Mayer als zu bezahlendes DLC. Das haben sich noch sehr viele geholt, bin ich der Meinung. Die Hexe, die neue. Ich glaube, das haben sich nicht sehr viele geholt. Ich habe bis jetzt nämlich noch niemanden den Killer gesehen. Oder spielen sehen. Hm. Ich hoffe, hier geht keiner raus. Gucken wir einfach mal. Fuji. Ah ja. Die Frage... Uh, das ist nur ich? Was? Ne, das war doch der Haken. Ach, das sehen Sie wahrscheinlich gar nicht. Sehen Sie das? War das meiner? Ich habe den jetzt gar nicht gesehen. Die waren gelber und ich dachte, diese Effekte summieren sich. Das müsste ich gewesen sein. Das habe ich gar nicht gelesen, ob es wirklich meiner war. Egal. Ich hoffe mal, dass ich überall Sound habe. In den Aufnahmen. Ich habe es nämlich festgestellt, dass einige Dateien aufgenommen werden. Die werden ja... Also Sound und Aufnahme laufen alle gleichzeitig. Und manchmal habe ich einfach keinen Sound. Und ich weiß nicht, warum. Zumindest in der Aufnahme. Ich höre mich ja selbst treten. Ja, die ist ja so extrem langsam. Das vergesse ich immer. Das ist ja ihr Manko. Jetzt mit den neuen... Mit diesen neuen Teilen hier. Ich brauche nur einen Anhaltspunkt, bevor ich mich anfange zu teleporten. Obwohl. Das war die Rach, weil du vorhin nicht gesagt hast, das ist okay. Ich war doch gerade eine. Ah, die sind kommend Shit. Oh. Ah, nett. Nehm ich doch dich. Du bist schon angehittet. Haben sie dir runtergeholfen? Kein Problem. Ich kriege euch alle. Ich kriege euch alle. Geht's noch? Freches Stück. Ich glaube, die da hinten laufen sehen. Also wirklich. Geht schon fast ein bisschen schnell, muss ich dazu sagen. Oh, hier ist ja noch einer. Guck mal, hier ist ein Haken frei für dich. Guck mal, hier ist alles rot. Ah. Ah, daneben, verdammt. Ah, daneben, verdammt. Ja, das war ganz gut. Ja. Mann, die ist gut. So, ein bisschen Glück dabei jetzt gerade gewesen, aber man muss das auch mal Glück haben, ne? Kann ja nicht nur mal nur Pech haben. Wobei, es läuft gerade extrem gut. Das will ich nur weg haben. So, wo ist der andere? Dritter, Heinz. Ich hoffe, die hängen nicht immer die ganze Zeit so wie... Ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber ich hoffe, die hängen nicht alle zu dritt aufeinander wie die. Dann haut man ein, den haut den nächsten und sowas. Wenn erst mal zwei am Haken sind, dann ist die Kack am Dampfen. Habe ich den gerade richtig fliegen sehen? Fliegt der einfach aus dem Haus raus? Kommt, der ist einfach nach oben geflogen. Kommt da! Da oben ist er rausgesprungen. Einfach mal zu Haus rein teleportiert. Okay, die ist schon sehr krass. Wenn man sie hier wissen kann. Aber trotzdem gut, game. Ja. 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 Ja, ich gebe dir tatsächlich meine eigene Runde nur vier Punkte, weil ich sie für mich selbst einfach zu schnell empfand. Ansonsten, danke. War wirklich cool mit denen zu spielen. Ich lobe die jetzt einfach mal. Positiv. Ja. Na, positiv. 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 Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sind ja alle nett. Ja, hat sie gesagt? Ich bin zu gut. Können kriegt auch ein Positiv. So, ich habe dir jetzt allen einfach mal ein Positiv gegeben. Mit den Punkten. Hm. Nur noch was, für die noch ein bisschen hier was. Wir wollen jetzt gucken, ob wir ein paar Perks kriegen. Vielleicht hat die auch gar keinen Perks. Wir wollen ganz wenige. Hallo? Wo sind denn die Perks denn? Jetzt muss ich nochmal glatt nachgucken. Den Perk haben wir uns geholt. Den können wir uns die nächsten Sachen auch noch holen, damit der mal übrigens demnächst steigt. Ja, okay, hier haben wir uns den Perk schon geholt. Und bis ich hier durch bin, bäh, braucht das Punkte. Dann habe ich nur noch drei von. Dann nehme ich den nur das nächste Mal. Den hier, davon habe ich so viele, davon nehme ich mal ein bisschen was. Hier habe ich auch noch ein paar. Das sind ein Teleport weniger, das macht schon einiges aus. Das Ding finde ich halt geil. Die will ich, die will mir ein paar aufbewahren. Die hat schon echt coole Sachen, die Olle. So, mit einem zusätzlichen. Noch drei habe ich über. Ja, sollte weniger das Problem sein. Wobei, ich glaube, wir nehmen das nächste Mal hier den hier. Falls wir die nochmal spielen. So, meine Lieben. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Sorry, dass das jetzt so schnell ging, aber die waren alle auf einem Fleck. Ich kann da nichts für. Wir waren trotzdem gut gespielt. Ne, war wirklich cool. Ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.